Hallo Freunde, Kiwi ist wohl auf und recht ruhig. Am liebsten sitzt er am Fenster und guckt sich die Autos an. So auf dem Stuhl ist es langweilig. Da sehe ich ja nichts Neues. Da gibt's doch nur noch die Flucht. Einfach irgendwo durchquetschen und im Grün verschwinden. Nun, dort ist auch nicht viel zu sehen. Nur Grün in Grün. Ich probiere mal, wie das Blatt schmeckt.